Und hier gibt es mal 10 Freispiele Thors Hammer. Jawoll sehr schön. Gleich eine Verlängerung. Das ist doch hübsch. Ah, das ist die anderen beiden auch noch. Jawoll, los. Eieieieiei. Schöne Ding. Sehr schön. Hammer. Oh. Der Chef höchstpersönlich. Jawoll. Wow. Oh. Untertitelung. BR 2018 Los, komm! Los, einer geht noch. Los, einer geht noch. Los, einer geht noch. Los, die 400 voll. Ach, nicht ganz. Schöner Ding. Und hier mal ganz dezent ein paar Freispiele. Mystic Dew. Was willst du da hinten? Ach, dass alle da hinten auf Abstellgleis. Zumindest bleiben die schon mal alle da. Alle nach hinten, ich fasse es nicht. Ah, ist so weg. Ah, ist so weg. Auch weg. Da klingelt er. Los, rück sie nochmal raus. Jawoll. Sehr schön. Wow. Wir steigern uns. Sehr hübsch. Und kriegen wir es nochmal. Komm. Ach, da haut es ab. Sehr schön. Und hier mal zwölf Freispiele Mystic Force. Schauen wir mal, was die für uns bringen. Ah, paar Pilze. Und da. Musik 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 Jawoll, das vielleicht kriegen wir noch voll. Was packen wir noch mal hin? Komm schon, macht er nicht, schade. Aber immerhin, es werden Attacken, damit kann man arbeiten. Und hier kommen wir auf 25 Freispiele rein geflattert. Los, komm schon, hau was ordentlich drin hier. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Und da vorne? Alter. Ey, so ein Misthaken. Ich fasse es ja nicht. Das wäre ein Bild geworden. 18 Euro. Ich fasse es nicht. 32. Auch schwach. Alter Falter. Nicht mal das funktioniert. Ey, gibst er ja nicht. Aber das ist ja nicht. Vielen Dank.